Hallo ihr Engel. Ja, es gibt wieder mal ein kleines Überraschungspaket. Was heißt klein? Das war sehr, sehr groß. Normalerweise mache ich die Pakete ja immer erst dann auf, wenn ich dann filme und zeige es euch dann. Aber das war wirklich so groß und ich wusste eben halt nicht, was drin war. Aber dieses Paket kommt von der lieben Mandy. Und ja, als allererstes, diese zuckersüße Karte war da drin. Warte mal, ich glaube, ich muss euch mal ein bisschen höher machen. Mal gucken, ob das klappt. Ja, so müsste das gehen. Sorry fürs Gewackel. Ja, da war diese zuckersüße Karte mit drin. Ich habe mich ganz doll gefreut. Die Worte hinten sind natürlich für mich. Und dann, Leute, also wirklich, ich bin aus allen Wolken gefallen, was sie gemacht hat. Ich schiebe das jetzt mal hier rüber, ja, damit ihr das sehen könnt. Weil ich habe zwar einen großen Tisch, aber der ist gerade etwas sehr voll. Guckt euch das an. Sie hat mir mit zwei unterschiedlichen Stanzen ganz viele von solchen kleinen Schachteln gemacht. Und die kommen gerade richtig, richtig zeitpassend. Denn ich habe was vor, ich wollte was verpacken. Und da sind ein paar kleine Krümel vom Versandkarton drin, aber es ist nicht so schlimm. Also, wie gesagt, ich habe ja meine bestimmten Versandkartons, wer bei mir schon bestellt hat, weiß es ja. Die haben, glaube ich, eine Höhe von vier Zentimeter. So, jetzt kommt ja die Bestellung rein. Da bleibt nicht mehr so viel Platz nach oben hinweg, was ich an Verpackungen reinmachen kann. Ja, und die Teile hier kommen genau richtig. Also, wie gesagt, ich habe sie gefragt, ob ich das hier filmen kann und so. Und sie war damit einverstanden. Und ich stelle mich wieder ganz nass an. Ich glaube, ich mache das nachher außerhalb der Kamera wieder zusammen. Weil ich will die ja noch bestücken. So, das war aber noch nicht alles. Das schieben wir mal hier hoch. Ich weiß gar nicht, wie viele das sind. Denn ich fange Anfang November damit an, bei allen meinen Bestellungen schon meine Weihnachtsgrüße mit reinzupacken. Das heißt, ich habe jetzt nicht mehr allzu viel Zeit. Ich muss noch was bestellen. Und dann mache ich meine Weihnachtsgrüße von November bis zum Bestellstopp im Dezember. Ja, weil im Dezember wird irgendwann, ich weiß noch nicht genau, das feste Datum. Aber ich glaube, Anfang Dezember ist nochmal ein Shop-Update. Das wird abgearbeitet. Und dann ist bis definitiv, ich sag mal, bis Anfang Januar Bestellstopp. Aber das weiß ich noch nicht genau. Die Daten, die gebe ich euch dann noch extra. Ja, dann war mein erstes Weihnachtsgeschenk hier drin. Weil hier steht drauf, erst am 24. öffnen. Ich bin schon so gespannt. Aber nein, ich liebe Überraschungen. Und deswegen lasse ich es zu. Ich schüttel es auch nicht. Weil man weiß nie, was da drin ist, was eventuell, ja, zum Bruch gehen könnte. Und das hat den Transport hier wunderbar überstanden. Von daher möchte ich da gar kein Risiko eingehen. Das war aber nicht alles, was in dem Paket war. Weil ihr könnt euch alle, die dann in dem Zeitraum bestellen. Oder jedenfalls so lange, wie der Vorrat reicht. Weil die schiebe ich jetzt nicht hier alle rüber. Aber sie hat mir hier so eine kleine Engelverpackung gemacht. Und die sind auch schon gefüllt. Also Mandy, ich habe es dir ja schon raufgesprochen. Aber ganz, ganz herzlichen Dank. Das ist so eine Zeitersparnis für mich. Und das sieht so süß aus. Ganz, ganz herzlichen Dank. Also ich bin so wirklich total berührt. Und das sind so einige. Ja, dann war noch eine Tüte mit bei. Ich mache die jetzt nicht auf, weil das knistert extrem. Da ist Washi-Tape drin. Und ich mache das dann immer so, wenn ich so eine Tüte gemischtes Washi-Tape bekomme. Ich gucke bei meinen Washi-Tapes nach. Und dann geht das im rotierenden Wechsel bei euch wieder mit in die Pakete rein. Weil, ja, jeder hat ja einen unterschiedlichen Geschmack. Und da freue ich mich auch ganz dolle drüber. Zumal diesmal hier einige drin sind, die mir ganz gut gefallen. Dann war noch drin so ein Band, so ein Zierband. Und das ist hier Zieh-Rüchen-Band. Total spannend. Bin ich mal gespannt. Ich wollte das immer mal ausprobieren. Habe ich jetzt die Möglichkeit. Und wenn nicht, habt ihr auch da die Freude, mal so ein Band mit in eure Post eben halt drinnen zu haben. Dann gab es noch was. Aber das zeige ich nicht. Das kommt dann einfach so mit in die Pakete. Und dann hatte sie auch von der lieben Jenny ein Paketchen bekommen gehabt. Und da waren eben halt auch Sachen bei, die ihr nicht so gut gefallen haben. Und die hat sie mir mit reingemacht. Und hier sind aber auch noch ganz viele Umschläge für LTC-Karten oder Standsteile. Ganz toll. Ganz, ganz toll. Die sind auch schon weihnachtlich geschmückt. Und super. Weil wie gesagt, Leute, das ist so eine Zeitersparnis für mich. Grußkarten hatte ich ja gesagt. Brauche ich erstmal nicht. Da würde ich mich dann melden, wenn es wieder so weit ist. Aber ich muss das ja auch irgendwo alles unterbringen. Und da fängt es dann eben halt irgendwann an zu hapern. Auch hier. Ganz zauberhafte Aufkleberbögen. Da muss ich mal gucken, wie ich die weiterverarbeite. Vielleicht mache ich dann eben halt auf die Standsteilumschläge und so. Sowas dann eben halt hier rauf. Das löse ich ab und setze es nochmal richtig drauf. Dann haben wir hier für die Junkjournaler so eine richtig coolen Blätter. Da denke ich mal, wird sich der eine oder andere, der vielleicht gerade das neu rausgekommene Waldpapier bestellt, vielleicht sogar darüber freuen, wenn er in seinen Waldjournal so ein großes Blatt mit einarbeiten kann. Hoffe ich jedenfalls. Also Junkjournalers, sagt mir, wenn ich falsch liege. Ja, und dann wieder hier solche Aufkleberbögen. Und wie gesagt, nicht jedem ist es so sein Geschmack, wenn er das jetzt so sieht. Aber ich sage mal, gerade bei den goldenen, ja, oder, warte mal, ich muss mal hier einen finden, weil das ist ja hier auch viel, viel Glitzer. Bei den schwarzen geht es jetzt nicht. Aber bei welchen geht das? Moment. Ich hatte doch einen Bogen gehabt, wo ich das gut erklären kann. Wo ist denn der jetzt hin? Der hat sich versteckt. Ah, da ist er doch. Hier, die zum Beispiel. Die kann man wunderbar mit Alkoholmarkern einfärben. Ja, so dass man dann praktisch zwar so eine Boudurensticker verwenden kann, aber man färbt sich den eben halt einfach mit einem Alkoholmarker eben halt ein. Und wenn man das jetzt nicht hier drauf machen möchte, weil man den nächsten da nicht gleich mit einfärben möchte, dann nimmt man sich einfach von einem anderen Aufkleberbogen, den abklebt, den dort drauf, wo man Platz hat. Also hebt euch immer so einen leeren Bogen auf. Ja, weil dann könnt ihr hier einen abziehen, den übertragen, dort einfärben und dann auf euer Projekt drauf machen. Also so praktiziere ich das eben halt. Oder wenn ihr von einem anderen Aufkleberbogen das Trägermaterial habt, die könnt ihr übrigens auch, wenn ihr euch ein Aufkleberbuch machen wollt, verwenden. Ja, auch dafür ist das wunderbar geeignet. Und dann hat sie mir noch, und da habe ich mich auch mega gefreut, einen ganzen Stapel mit 30x30 Hüllen für das Designpapier und für die Kartenaufleger hat sie mir auch einen ganzen Pack neue Hüllen geschickt, weil die muss ich erst nachbestellen. Die kamen auch gerade zum richtigen Zeitpunkt. Action hatte die ja auch mal ein 13x13. Also wenn irgendjemand die bei Action sieht, in 13x13, weil die 15x15 habe ich ganz viele. Die nützen mir aber nichts, weil da sieht dann die Kartenaufleger da drin sehr fipsig aus. Deswegen, Entschuldigung, ich habe hier irgendwie gerade einen Frosch im Hals. Von daher ist 13x13 eben 13x13 das gute Maß. Die sind eben halt ein bisschen größer, sodass das auch noch reinpasst. Ja, weil ich habe auch schon mal einen Fehlkauf gehabt. Da waren die auch für 13x13 ausgewiesen gewesen. Ich muss auch hier glatt mal gucken, ob die wirklich reinpassen. Aber ich gehe mal ganz stark davon aus. Ich muss mal glatt gucken, ob ich hier noch irgendwo ein Rohling habe. Mal gucken, wenn ich das jetzt hier nehme. Ha, seht ihr, die sind zu klein. Die sind zu klein. Aber ich werde da eben dann die für die Stanzteile nehmen. Dafür passen sie dann auf jeden Fall. Das weiß ich. Weil wenn die 13x13 sind, müssten die Stanzteileinleger hier auf jeden Fall reinpassen. Da habe ich jetzt aber keinen hier am Tisch, um das auszuprobieren. Aber das weiß ich. Weil das Papier selber hat ja schon 13x13. Und dementsprechend muss die Hülle mindestens 13,5 sein in der Breite. In der Länge natürlich auch mindestens 13,5 plus eben halt die Klebelasche. Ja, so ist das. Aber wie gesagt, die passen dann für die Stanzteile. Wunderbar. Dann muss ich Flux bestellen. Aber das muss ich ja sowieso für eure Weihnachtsüberraschung in den Paketen. Ja, liebe Mandy. Ich danke dir wirklich von ganzem, ganzem Herzen. Und natürlich filme ich das hier ab. Weil, ja, das muss eben halt gezeigt werden. Ich möchte das auch zeigen, ja, dass ich wirklich so, so liebevoll und unterstützt werde. Das ist für mich keine Selbstverständlichkeit. Für so viele ist das keine Selbstverständlichkeit. Und dementsprechend möchte ich euch das natürlich auch zeigen. So. Hier ist aber noch mehr Post angekommen. Und da ich jetzt hier so schnell durch war, werden wir das hier auch noch gleich öffnen. Denn die liebe Schokolina hatte mir auch gerade ein Überraschungspaket geschickt. Und hier hat sie mir noch einen Extrakarton gepackt. Und den möchte ich jetzt endlich aufmachen. So. Da bin ich ja mal gespannt. Hoho. Das ist ja wieder spannend. Hier haben wir... Oh. Oh. Engelchen. Ich sehe ja... Du bist ja wohl... Verrückt bist du. Sorry fürs Geknister. Hier steht drauf, behalten oder weitergeben. Jetzt... Oh nein, Engel. Sie weiß, dass ich Buchstaben liebe. Und guckt euch das an. Ey. Ist das... Ich wollte schon das böse Wort sagen. Ich freue mich riesig. Ja, die bleiben alle bei mir. Also... Die bleiben definitiv bei mir. Ich danke dir. Das ist total... Oh Gott. Das ist wie Weihnachten gerade. Erst das erste Megapaket. Und jetzt darf ich hier noch mal so ein Megading aufmachen. So. Jetzt nehme ich mal als allererstes den... Den... Umschlag raus. Und gucke, was hier drauf steht. Hier steht nämlich... Da hat sie hier so eine Aufkleber mit reingemacht. Total schön. Kann ich wieder auf die Pakete kleben. Oh Gott. Ein kleines Geschenk zwischendurch. Weil mein Geburtstag ausfiel. Bitte keine Angst haben. Mein Geburtstag war im Mai. Also... Alles gut. Und es ist auch keiner verpflichtet. Mir irgendetwas zu schenken. Aber... Wie gesagt. Ich sehe schon ein Logo. Ich... Ich gucke gar nicht so genau hin. Aber... Ich sehe da schon ein Logo. Und... Ich drehe das jetzt mal so um. Oh Gott. Du bist ja wohl verrückt. Ah. Leute. Ich muss das mal hier an die Seite machen. Sonst spoilere ich euch zu sehr. Und mich auch. Weil... Guckt mal. So einen süßen Stempel von Greatest Smile. Ist doch Greatest Smile. Oh Gott. Ich komme jedes Mal durcheinander mit denen. Aber das werden wir gleich auflösen. Ich danke dir ganz herzlich. Ich habe noch nicht so ein Mini. Doch einen. Einen Mini habe ich. Ich habe gelogen. Ich habe ja auch schon bestellt. So. Dann haben wir... Oh. Die ist ja cool. Oh. Oh. Dankeschön. Die ist ja sowas von cool. Ist... Oh Gott ey. Petra. Mach mich nicht schwach. Ist das der Hammer. Und der ist auch mega. Och. Stempelbar. Ist der super. Fleck. Und dann die Übersetzung für Fleckchen, Flecken. Ist das cool. Ich danke dir. Oh. So. Hier haben wir was. Ich erkenne das am Logo. Oder besser gesagt an der Aufmachung. Bestimmt von Stamping ab. Sag ich doch. Wie geil. Entschuldigung Leute. Aber ich kann nicht anders. Weil ja. Jeder hat ja seinen Weg in seinem Leben. Und das was in den letzten fast drei Jahren in meinem Leben hier passiert. Ist nicht gleichzusetzen mit dem Leben was ich vorher geführt habe. Und ich kann nicht anders als meiner Glückseligkeit auf diese Art und Weise Ausdruck zu verleihen. Weil ja. Ich denke mal der eine oder andere der selber filmt der weiß wie das eben halt ist. Und die die es noch nie gemacht haben die können es vielleicht nicht nachvollziehen. Aber man steht hier und nimmt hier so einen Gegenstand nach den anderen in der Hand. Und oh Gott. Du bist. Nee. Du zauberst. Wunderschöne Dinge. Mir ein Lächeln ins Gesicht. Also Leute. Oh scheiße. Jetzt kommen der Tatsache die Tränen. Weil ich beziehe das natürlich auf mich. Weil ich weiß da ist jemand der. Der macht sich verdammt viele Gedanken. Zu meiner Person. Und wenn man das in seinem Leben noch nicht allzu oft kennengelernt hat. Dann. Ja. Dann kommen einem die Tränen eben halt. Wenn man dann sowas. Ja. Bekommt. Oh. Entschuldigung Leute. Aber. Oh Gott. Oh Gott ist das süß. Ist das niedlich. Glückwunsch. Ich habe eine Überraschung für dich. Die sieht so aus wie so eine Matruschka. So ein kleiner Soldat. Das steht hier. Wenn man kuschelt. Repariert man sich gegenseitig. Leute. Ey. Wie süß ist das denn bitte. Bei mir reicht sich geschaukeln. Ja. Also echt. Ich danke dir Engel. Das ist so ein süßes Stempelset. Also. Ach. Mann. Und es wird noch. Oh nein. Ach. Du willst wohl. Dass ich hier voll ins Tränen ausbreche. Das sind meine ersten Stempel. Von Great a Smile. Bis auf diesen einen kleinen Mini Stempel. Den ich habe. Weil das letzte Mal hatte ich nur am Tüten Tangle mit den Rob-Ons mitgemacht. Und da habe ich gleich was für Ostern. Ist das cool. Oh ey. Leute. Es hört aber noch nicht auf. Weil hier liegt noch was. Zum Detail. Zubereitet. Gestempelt. Selbst gemacht. Dekoriert. Gekocht. Mit Liebe. Mit Liebe. Mit Liebe. Guckt euch das an. Ich kann euch jetzt natürlich nicht sagen, ob es diese Stempel noch bei Great a Smile gibt. Aber. Ich bin hin und weg. Boah. Sorry. Da war jemand der Meinung, er müsste mal ein bisschen Krach machen. Ähm. Das ist alles aus Liebe. Das Stempelset. Ja. Nur falls ihr das auch gerne haben wollt. Weil ihr das jetzt hier gerade so toll findet. Und. Dieses hier. Frühlingsgrüße. Weil auch da wechseln ja immer das Sortiment so. Dementsprechend. Und von daher. Oh Gott. Engel ey. Das hört aber noch nicht auf. Oh Gott. Nein. Ich danke dir sowas von. Es ist. Ich bin gar nicht in der Lage jetzt hier alles vorzulesen. Weil sonst fange ich gleich wieder an zu heulen. Das heißt. Hallihallo. Das ist echt der absolute Hammer. Engel. Also. Leute. Das gibt es doch wohl gar nicht. Das ist Weihnachten. Ostern. Geburtstag. Das ist alles auf einmal. Weil ich weiß auch was die Teile kosten. Deswegen habe ich sie ja nicht. Und dann wurde mir das hier so zuteil. Und die passen so geil auf ATC Karten. Äh. Nein. Absolute Hammer. Gott. Wie kann ich das wieder. Ja. Ich weiß. Ich brauche das nicht wieder gut machen. Petra bitte. Aber. Mann. Und das hört nicht. Oh nein. Oh. Engelchen ey. Das steht so ganz groß auf meiner Liste. Oh. Scheiße. Jetzt. Jetzt heule ich richtig. Jetzt hast du es geschafft. Jetzt hast du es geschafft. Ich glaube ich brauche mal kurze Pause. Sekunde. So. Da bin ich wieder. Ich habe mich ein bisschen beruhigt. Äh. Ey. Engel. Das ist der absolute Wahnsinn. Und jetzt kommt das letzte. Also. Es ist Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn. Holler die Waldfee. Regentag. Regentag. Ups. Zu Hause. Quatsch. Aufregend. Guten Morgen. Bei Merlins Bad. Es ist so der Hammer. Ich bin so geflasht. Ich weiß überhaupt nicht was ich sagen soll. Ja. Ähm. Ganz 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 herzlichen Dank halt. Hier fehlt noch was. Weil das gehört natürlich mit dazu. Äh. Weil auch darüber habe ich mich schon mega gefreut. Weil ich. Ich liebe alles was mit Buchstaben zu tun hat. Und dann sowas. Also. Petra. Mein liebes Schokolinchen. Ich. Ich danke dir wirklich ganz herzlich. Und natürlich auch Mandy. Also. Bitte. Das ist. Es. Ihr merkt schon. Ich bin einfach geplättet. Ich bin. Nicht mehr in der Lage ein vernünftiges Wort rauszubringen. Ähm. Ja. Ich. Ich bedanke mich von ganzem Herzen. Ich danke allen die zugeguckt haben. Und. Ähm. Alle die mich eben halt unterstützen. Mein Ziel zu erreichen. Das hatte ich in einem der letzten Videos. Wo ich ein Überraschungspaket erhalten hatte gesagt. Und. Ähm. Möchte es jetzt nicht schon wieder wiederholen. Weil. Ja. Ähm. Wie gesagt. Danke. 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 Dass es euch gibt.